Ein Ford Transit Sustum steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Wind Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.